Unsere Gehöfte werden wieder einmal angegriffen, war aber so abzusehen. Er versucht natürlich jetzt hier ein bisschen zu stören, nichtsdestotrotz wir haben halt immer was hinter der Hinterhand, wir werden immer was hinter der Hinterhand behalten und werden auch immer mehr in der Hinterhand kriegen. Hier können wir mal Katapulte hinbauen, so. Rohstoffemäßig, einmal so, einmal so. Ja, dann gehen wir mal mit denen hier vor. Und werden Kanonenfutter hier zwischen reinhauen. Ja, und dann geht's los. Werfen Sie alle nieder! Ja. So, Baumaterial haben wir bestellt, Baumaterial haben wir geliefert bekommen. Wo sollen wir bauen, die hier mal? Das dauert nicht lange! Turmwachen! Dieser Donner-Felite! Folgt mir! Ja. Okay, wir können eigentlich hier hin, eigentlich, würde schon richtig, eigentlich, wir können mal hier ein bisschen, dass der Leider-Eck schon machen ist. So, Numino-Mauerwerk ist ebenfalls hier fertig, das ist sehr gut. Ähm, das wiederum bedeutet, das hier, äh, wir haben hier, bauen neue Rohirrim, bauen neue Turmwachen, neue Armee-Leute. Nicht bauen. Und dann, äh, wir haben die Festung ausgebaut. Damit ist die Armee der Toten. So. Wieder auf dem Weg. Hat ein bisschen Spaß. Äh, hat ein bisschen was kaputt gemacht. Können wir inzwischen mal so machen. Gucken mal, was dabei rumkommt. Wir kriegen hier wieder ein bisschen Nachschub, das ist gut. Soweit braucht er gar nicht mehr aufgelöstet. Die Turmwachen werden Gondor verteidigen. Wir müssen unser Land verteidigen. So, mal alles her. Dann werden wir hier. Llelelelele. Haltet die Augen offen. Sieht eure Schweren. So, okay. Wir gehen mit denen. Mit denen. Mit denen. Unsere Gruppen werden angegriffen. Zusammen mit Gehörter werden angegriffen. Sie wollen unser Gebäude, Herr Ober. Johann darf nicht untergehen. Das macht man natürlich auch nicht mit. So. Okay. Ihr. Ihr anderen. Ja, genau. Ihr anderen hier. Geht mal. Hier rüber. Eigentlich schon gesagt. Wer soll Daten befehlen. Weil wir haben den Elfenbein-Turm gebaut. Ja. Und so. Elfenbein-Turm ist gebaut. Jetzt sehen wir auch alles. Das ist sehr gut. Wir werden angegriffen. Zurück, Männer. So. Rohirrim. Rückzug. So. Mit dem Rohirrim gehen wir mal zurück. Wir reiten nach Hause. Genau. Sammelt euch im Lager. Der Gold ist geladen. Der kann ja schon mal hier hin. So ein bisschen Spaß haben. Hier kann ich nicht weiter. Haltet die Augen offen. Wir sind gebraucht mit in die zwei. So. Geht man hier hinten hin. Vorwärts. So. Und alles was in der Eis ist. Was nicht sehr viel ist. Das geht mal einfach hier hin. So. Sie haben angegessen. Für die weiße Stadt. Einmal so. Einmal so. Bleibt Wasser. Einmal so. Einmal so. Verteidiger des weißen Baumes. Und so. 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 Wunderbar. Ihr geht mal hier rüber. Und holt euch das Ding rüber. Das Ding ist aber auch echt schlecht hier. So. Werkstatt ist verbessert. Gehen wir mal mit Asyl 3 hier. Berätet das Katapult. Information bleiben. Die 1 geht hier hin. Wir greifen an. Wir brauchen mehr Steine. Die 2. Die 2 seid ihr. Oh. Haltet ihr auf. Wir haben das Ding rüber. Haltet ihr den weißen Baumes. So. Okay. Wir haben das Gebäude. So. Wir reiten für Gondor. Wir sind mit den neuen Feuersteinen fertig. Ihr seid mit den neuen Feuersteinen fertig. Das ist schön. Dann machen wir gleich mal hier ein bisschen Nachschub. Und wir hier. Reiter der Markt. So. Haben wir. Und dann gehen wir hier hin. Jawohl. Verteidigt dieses Leib. Hammer. Wir haben schon wieder nicht richtig ausgebaut. Das sollten wir mal wiederholen. Ach nee. Gehen ja jetzt mittlerweile alle vor. Oder habe ich das hier gemacht? Ja. Sammelpunkt da. Sammelpunkt da. Sammelpunkt da. Das ist schon richtig. Okay. Dann gehen wir mal hier hin. Und sehen, dass er hier hinten Spaß hat. Und das wollen wir natürlich nicht. Also. Mit dem Katakult. Machen wir weiter vor. Der Rest. Geht hier. Wir mit denen da. Kommt, Ritter. Kommt. Mit denen da. Weiter. Werkzeug bereit. Alle waren in Position. Ich muss mich mal ausrüsten. Lass Leute. Lalo. Sei ich bereit. Lalo. 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 Okay. Er kommt. Wir gehen zurück. Werft sie alle nieder. So. Haben wir. Dann gehen wir mal in die Richtung. Gucken, dass wir da alles weghauen, was er nicht hat. Reiter. Okay. Haben wir noch ein zweites Katapult. Haben wir. Haben wir. Okay. Hierher. Was wir auch mal brauchen ist. Wo habe ich denn die Schmiede? Da. Was wir auch mal brauchen ist das hier. Gut. An die Arbeit, Männer. Wir könnten. Dann hier unten mal endlich noch eine Festung hinbauen. Unsere Truppen werden angegriffen. Unerledigt. Und da reicht weiter. Okay. Halte auf ihr Stellung. Ritter. Ja. Okay. Ritter der weißen Stadt. Um die Eins. Hier. Geht einfach mal vor. Zwei. Drei. Verdammt. Jetzt habe ich die zwei irgendwo hier oben. Äh. Wieder. Dies ist unsere Stunde. Zwei. Genau. Wo ist das Teil hier? Ritter. Okay. So. Soweit so gut. Rohan darf nicht untergehen. Beretet das Katabollkör. Formiert euch Ritter. Ja. Sie greifen an. Rohir Ritter. Feuer. 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 Okay. Das war dein Erdbeben. Das ist gut. Ähm. In der Hinsicht. Das einsetzen musste. Das läuft auch noch. So. Wir dezidenen mit denen natürlich zurück. Lü. 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 Wir bauen weiter auf. Wo ist denn hier? Ritter brauche ich keine. Ritter. Ritter ist Unsinn. Die brechen wir eiskalt ab. Äh. Bauen hier weiter. Und hier weiter. Können wir mal mitnehmen. So. Und dann gehen wir mal hier unten lang. Hm. Was? Passt auf die Pferde. So. Rückzug. Lala. Wir werden nicht geschützten. So. Das hätten wir. Der Feind. Entdeckung Männer. Information bleiben. Wir hin. Positionen. Ausbauen. Leicht Wasser. Ausbauen. Wir bauen hier mal. Wir haben noch gar nichts. Wir brauchen. Meine Wunden sind tief. Was? Oh. Zieht euch zurück. Lü. 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 Da habe ich jetzt gepennt. Da habe ich jetzt gepennt. Da ist er. Wir reißen nach Hause. Da reingerennt. Wir werden reißen. Nur kämpfen. So. Okay. So weit. So gut. Der kann sich hier zurückziehen. Das ist auch richtig so. Die Festung ist errichtet. Hier kommt Nachschuss. Wir dortieren euch mal richtig. Wir werden Gondosfelder verteidigen. Wir ziehen in den Krieg. Okay. Jetzt gehen wir hier wieder. Boogie. 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 Und das und das. Und hier hinten. Natürlich. Kraterpult. Kraterpult. So. Den können wir hier hinten in alle Römer ausbauen. Mal gucken wie weit ich mit denen ran muss um hier ran zu müssen. Ne. Macht euch Kampfbereit. Ein bisschen weiter. Aufpassen. So. Wir haben die Festung ausgebaut. Feuert. Okay. Dann gucken wir mal was jetzt wird. Hier wären wir fertig. Wir müssten unser Land verteidigen. Vorwärts. Der Feind ist unter uns. Sieht's ab in uns. Bidididim. So. Du bist noch gar nicht auf Flüche 2. Ja. Ja. Du auch. Hier hin. Für Herr und Land. So. Ihr geht mal zurück. Weil ihr habt ja eigentlich nichts zu suchen. Freunde der Sonne. Alles gesagt. Aha. Bereit für die Schlacht. So. Was wir natürlich versuchen könnten. Wir werden angegriffen. Okay. So, okay. So. Ja, okay. Oh, was? Was macht ihr denn schon wieder hier? Wir Idioten. So. Wir hatten natürlich ein bisschen gespart. Wie gesagt, jetzt läuft es deutlich schlechter. Aber das meinte ich mit, es ist ungünstig. Naja, gut. Dies ist unsere Stunde. Laden schnell! Wir werden Sondereswälder verteidigen! So, wir nehmen alles mal zurück. Unsere Kuchen werden angegriffen. Sie haben mich verbunden. Okay, dann bauen wir hier noch ein paar Stunden. Machen wir uns an die Arbeit. Wir schützen den weißen Turm. Der Feind hat ihn gefällt. Ja, was soll denn der da jetzt? Wir sind hier, um unser Land zu schützen. Halt, hier rein. So. Weitläufer, wir kämpfen für Gondor! Die Turmwaffe werden Gondor verteidigt euch, Ritter! Hier lang, Lanzenträger! So, wir gehen hier ein bisschen vor. Okay. Dann werden wir hier natürlich nachbauen gehen. Sondereswälder, Sare, Herem, einmal Dön hier noch. So, so. Wir brauchen mehr Rohstoffe! Wir brauchen eure Waffen! Wir können, wir beide in den Einheiten befehligen! Wir sind ein starkes Volk! Turmwaffen! Äh, die brauche ich aber auch. Müssten wir eigentlich auch machen. Können keine weiteren Einheiten befehligen. Naja, gut, okay. Das gehört. Ist halt so. Der Feind ist nicht fern! So, ihr seid aber hoffentlich vom Sammelpunkt hier hinten. Das ist okay. So. Ja, gehen wir mal hier hin. Wir haben die Festung ausgebrochen. So, so. Wir haben alle Rücken bereit. So, dann gehen wir mal vor. Wir haben die Werkstatt verbessert. So, so, so. So, Werkstatt haben wir verbessert. Wir werden schon vorhaben. Wir haben die Werkstatt verbessert. So, jetzt zurück. So, die Festung steht. So, Festung steht. Oh, die ist aber auch. Naja, gut, war vielleicht etwas zu günstig oder zu optimistisch. Ja, ist okay. Die war etwas zu optimistisch gesetzt. Wahrscheinlich hat er noch ein Erdbeben drauf geknallt. Was aber auch nicht schlecht ist. Wenn er das Erdbeben nämlich da drauf knallt, knallt das nicht hier hinten hin. So, das ist ja nicht so schön. Nee. Nee. Dann habe ich jetzt gewonnen. Nee, eben nicht. Ja, warum? Ich war doch jetzt gerade, ich habe doch hier Galadriel gehabt. Na und? Ich habe doch schon eine Festung von dir zerstört. Und ich bin doch jetzt gerade, eigentlich habe ich schon fast gewonnen. Ja, guck mal, guck mal. Ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf Festungen gebaut. Du hast eine zerstört. Nee, vier Festungen gebaut. Du hast eine zerstört. Ich lag wieder vorn. Du warst in eine Ecke zurückgedrängt. Mehr war es nicht. Ich habe mich da immer mehr rausgekämpft. Das denkst du? Das denke ich, ja. Das denke ich auf jeden Fall. Gerade mit Galadriel wäre das auf jeden Fall richtig, also würde das richtig, richtig eng werden. Na, ich sehe das. Das ist eine Scheiße, ey. Ja, gut. Wie gesagt, ich werde nochmal einen Router-Schneustart versuchen. Ende. Wenn wir jetzt beenden. Das zählt ja nichts. Und dann werden wir sehen, wie es wird. Also diesmal sah es nicht so eindeutig aus wie vorher. Das ist richtig. Allerdings haben wir wieder dasselbe Problem. Und man sieht auch trotzdem hier in der Tabelle, Zeit heißt da, Einheiten, liege ich vorn. Also die, die möglich sind, Gebäude liege ich weit vorn. Territorien liege ich vorn, obwohl Düne weit hinten lag. Aber ja, Endstand liege ich auch vorn. Also insofern, eigentlich wäre es klar. Wir müssten das jetzt halt nochmal machen. Dann zählt es halt nicht. Das wäre klar. Warte mal. Du hast gerade die Endstandsitzung vom Ringkrieg als Argumentation dafür. Genau. Das wäre das Gefecht. Ach so, war der Endstand. Ja, ne, okay. Aber auf jeden Fall. Ja, stimmt. Stimmt. Das war der Endstand. Entschuldigt bitte. Macht aber nichts. Auch in der anderen Argumentation war ich vorne. Klar, die Einheiten vielleicht nicht. Bei den Einheiten, da habe ich jetzt gerade ein bisschen was verloren. Allerdings muss man sagen, sein Gegenangriff hat ja reichlich gar nicht funktioniert. Er hat halt nur eine Festung, die ich ihm direkt vor die Haustür gesetzt habe. Von der ich schon damit gerechnet habe, dass die nicht ewig überlebt. Hat er halt nur eine Festung platt gemacht. Das war ja gar nicht mal ein Gegenangriff. Dann hast du einen Fehler gemacht. Wie? Das hätte ein Gegenangriff sein müssen. So, ist egal. Wir laden halt noch einmal, beziehungsweise ich starte mal meinen Router neu und sehen uns in der nächsten Folge. Dadurch, dass wir ja noch nicht wissen, wie es halt ausgegangen ist, werden wir halt notgedrungen die Schlacht nochmal starten. Und dann beim nächsten Mal. Ach, Katastrophe. Na gut, alles lau. Bis demnächst. Tschüss.